Was ist der Kalypso-Schlag? Ich nenne es mal so, das ist im Grunde, kann man sagen, der Allroundschlag 2 mit Verzögerung auf der 2. Das hört sich dann so an. Ich mache erstmal den Allroundschlag 2 hier, ging so. 1, 2 und und 4. Der Kalypso hat diese Verzögerung, die erreicht man, indem man den zweiten so eine runde Bewegung nach hinten macht. Und dadurch ist der Weg verlängert und diese Verlängerung ergibt die Verzögerung. Also 1, 2 und und 4 und 1, 2 und und 4. 3, 2 und 4. 4. 6. 6. 7. 7. 8.